Kann ich ein bisschen Wasser haben, bitte? Klar. Hier geht's. Ich hoffe, ich werde dich nicht beurteilen. Natürlich nicht. Das ist mein Job. E, E, drück mal E. Du musst dich ducken. Warte. 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 Die geht weg. Ja. Vincent, geh. Kannst gehen, ja. Äh, mach aber nicht. Drück wieder E. Ja, jetzt. Du siehst ein bisschen pail. Ist etwas falsch? Nein, nichts ist falsch. Ich bin gut. Du siehst eine Karte. Du hast alles gemacht. Was kann ich für dich machen? Ich kann ja mit einem Schreibtisch, wie soll es funktionieren? Ja, du musst dann Radau machen. Klar. Ich weiß nicht. Warte. 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 Ich hoffe, dass ich dich nicht beschäftige. Natürlich nicht. Das ist mein Job. Also, wie hast du in einer Präsenz gearbeitet? Ich habe die Aufmerksamkeit von ihm geleistet, also es kann nicht mehr Sinn machen. Du siehst ein bisschen blöd. Ist etwas falsch? Nein, nichts ist falsch. Ich bin gut. Ich kann nichts machen gerade. Hm. Alter, jetzt. Ja, du, an dir liegt es jetzt. Geh! Okay. Werkzeug habe ich. Ich kann nichts mehr machen gerade. Ja, ja, ich muss jetzt wieder triggern hier wahrscheinlich. Ups. Was? Ich werde Seil verbrauchen? Was? Naja, er mischt sich jetzt. Zum Bett zurückgehen, okay. Zum Bett zurückgehen, okay. Ich bin wirklich hungrig. Könntest du mir noch mehr Essen, bitte? Okay, passt. Was ist da? Warte. 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 Das Portion kann nicht einen Halsbüter füllen. Ich dachte, das war ein Essen. Entschuldigung, das ist alles, was du bekommst. Warte. Schnell, schnell, schnell. E drücken. Genau. Perfekt. Hm. Hm. Was machen wir jetzt mit dem Schraubendreher? Den Russen abstechen wahrscheinlich. Falls er nicht schon tot ist. Ja. Oder es kommt irgendwas Neues. Oder jemand Neues. Hey, was geht's? Nichts. Los geht's. Ja, sicher. Okay. Hm. Ich schreibe nen Liebesbrief. Ich schreibe nen Liebesbrief. Ich schreibe nen Liebesbrief. An mich? Ja. Ich bin immer so schüchtern, deswegen sitze ich so weit von dir entfernt. Zeit auch nicht so. So, was ist dein Plan? Ausbrechen. Entschuldigung? Ich weiß, was du bist überrascht. Ich weiß, was du bist überrascht. Ich weiß, was du bist überrascht. Ich weiß nicht, was du bist überrascht. Komm schon mal. Was? Ich bin sicher, Sie haben gute Gründe, um rauszukommen. Aber ich muss hier rauskommen, auch. Ja? Das ist nicht mein Problem. Ich versuche meine Hilfe hier. Ja, du weißt, ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich selbst behandeln. Ja? Wie du in der Infirmary da war da? Du willst du lustig sein? Nein, ich bin nicht. Hör, ich bin ziemlich in auf das. Ich versuche, dich verstehen, dass du wirklich meine Hilfe kannst. Wie ich gesagt habe, ich kann mich selbst behandeln. Genau, warum sollte ich dir trauen? Aha. Was hast du denn mit Harvey zu tun? Okay. Du hast mein Herz berührt. Hm. Hm. Tja. Ich bin halt der mit Grips. Gut, kommt jetzt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Okay. Haben die nicht normalerweise jetzt so einen Handspiegel? Kommt ran! Okay, war das jetzt noch ein Tutorial? Hey Leo, du hattest nicht wirklich einen Geflogen, hast du? Was sagst du? Natürlich habe ich das. Du hattest eine Idee, ich gebe dir das. Ich habe dich raus, nicht wahr? Was bedeutet, du hast mich raus? Wir sind zusammen raus. Ja, ja, sicher. Aber wenn es nicht für mich gewesen wäre, dann wäre ich noch da drin. Nicht vergessen, dass ich deinen Geflogen schaffte. Zweifel. Ich weiß nicht, was ich meinen Geflogen schaffte, aber ich gebe dir das. Es hat mir geholfen. Ein bisschen. Vincent, ein bisschen. Genau. Ich habe den Geflogen schaffte, ich habe den Geflogen schon links auf die Brosse. Ganz nett. Alter. Ich bin jetzt mal dran. Fred, du hast einen Moment? Ich werde gleich zurück. Was ist, Leo? Ich muss auf dem Ruf, können Sie es machen? Das wird es kosten. Du bist gut für es. Geht mich da runter. Achso. Hm. Oh Gott, muss ich jetzt hier eine Kletteranlage vorlegen oder was? Uh, ja. Ich glaube, du hast einen Hauptcharakter, was das angeht. Hey, Fred. Was's up? Oh, gut. Was willst du? Wir haben ein paar Arbeitnehmer hier. Wir brauchen eine Veränderung. Ah, sorry. Wir sind voll. Ich bin sicher, wir können etwas herausfinden, oder? Okay. Ich denke, wir können hier ein paar extra Hände nutzen. Leo, hurry up. Wir haben keine Zeit. Wir warten gleich hier. Hey. Siehst du da? Ja. Wir müssen da da, woher. Okay. Okay. Hm. Wir können uns einen Besen schnappen. Können wir irgendwo hochklettern? Sollen wir erstmal abchecken, oder? Hm. Wir können uns einen Besen schnappen. Können wir irgendwo hochklettern? Sollen wir erstmal abchecken, oder? Oh, hier können wir nichts machen. Oh, hier können wir nichts machen. Oh, was machst du? Wir wollen uns vergnügen. Doch, hier können wir was machen. Ja, probier mal. Oh, nein. Dann ist die Wache natürlich direkt. Oh, ja. Keine Wache auf dem Job. Hey, Mann. Es sieht aus, wie du den Platz verpasst. Ja. Sieht aus, wie ich bin. Danke. Du bist willkommen. Ich habe dich noch nie gesehen. Erstmal hier arbeiten. Können wir mit dem Typ nochmal quatschen? Ja. Komm mal. Ich habe nicht alles. Natürlich. Ja. Gib mir ein bisschen Zeit. Wo ist das Ding? Aber ich habe es besser gemacht. Da. Und wie in der Hölle gehst du da? Äh. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich brauche eine Ablenkung. Ja. Ich brauche nur, dass du den Händler verpasst. Dann werden wir da in keinem Zeitpunkt stehen. Ja? Und wie machst du das? Weil ich es nicht mache. Das ist sicher. Keine Wache nicht. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Okay. Er hilft uns wohl nicht bei der Ablenkung. Der Dark fängt schon mal fleißig an zu putzen. Ich dachte, ich könnte das Ding mitnehmen und dann was machen. Aber. Können wir das Ding nicht mitnehmen, ne? Nee, schauen wir nicht. Wie ist das Rätsels Lösung? Also wir müssen... Versuch doch mal mit der Wache zu reden. Ob der sich zu dir dreht hier. Wie ist das hier? Wie ist das Rätsels Lösung? Wie ist das Rätsel? Oh, der ist aber böse, der Typ. Ich war jetzt gerade am gucken, ob ich mit den Leuten hier labern kann. Mit ihm kann ich nicht reden. Wenn wir das Teil benutzen, was passiert dann? Wenn ich das jetzt benutze. Mhm. Das ist also schon mal keine Option hier. Mit einem Plattenspieler. Ich werde dich raus aus diesem Scheiße. Haha, du bist ein lustiger Mann. Was ist dein Name? Ich bin Vincent. Na, Vincent. Lass mich das zu dir sagen. Du solltest dich an dieses Scheiße machen. Denn es ist kein Weg raus. Zumindest nicht live. Hm. Nur labert ruhig mit den Tüten. Ja, mach. Es ist aber heiß hier oben. Warum soll das ein Witz sein? Was sagst du? Es ist heiß wie hell hier. Und die Tüten macht es schwer zu breathieren. Ja, aber es ist schön, zu draußen zu sein. Hey, Guard. Meine Brüche ist verraten. Also nicht nur stand da. Schau dir, was du machst. Okay, das mit dem Tüten reden bringt nichts. Du hast jetzt das Ding zerbrochen? Ja. Solltest du vielleicht auch mal versuchen. Ja, aber... Neuen holen. Nimm den und dann? Hey, mein Brüche ist gebrochen. Linke Maus, dass du gedrückt halten. Bleib hier. Okay. Nein, komm zu mir. Kuh abbrechen. Und laufen am besten. Ja. Ja. Mit Ansatz. Das ist nicht Eier. Na komm. Komm, euer... ...und dann. Mh. 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 Du bist immer hier, mit uns, immer mit uns. Bist du ein smartass? Komm schon, Mann. Ich versuche hier eine Konversation. Und wer sagte, ich wollte einen? Warum sag ich das eigentlich? Warum erzähle ich das eigentlich? Ich habe es, glaube ich, abgelenkt. Oh Gott. So, hier ist jetzt die Tür. Komm ich da raus? Welche Tür ist das? Warte. Äh... Ja, ja. Ja, ich komme ja schon. Scheile. Karting. Du musst jetzt Fred die Tür geben. Wieso soll ich ihm das jetzt... Oh, er schmuggelt das für uns raus. Mhm. Nicer, da ist er. Hat auch perfekt funktioniert. Ich glaube, er wird aber noch knackiger werden. Bücher! Ich hätte gern Kamasutra. Und so ein Zu. Und, äh... Wie werde ich... Was? Ja. Ich habe etwas Besonderes für mich. Ich hoffe, du magst es. Ich werde sicher. Ich werde... Ich werde... Ich werde... Wie auch immer. Juhu. Juhu. Lass uns überraschen. Wir danken auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Und wir hoffen natürlich, du bist da draußen genauso gespannt wie wir, wie es weitergeht. Und wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sagen Tschüss. Bis demnächst. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.